so jetzt geht es hier weiter ja die glattbacher mit dem anstoß er sieht das faul zeigt aber vorteil an genau richtig so das wäre eine völlig unnötige unterbrechung gewesen wir lassen sich zeit im aufbau schönes zuspiel klasse pass das war gefährlicher aus aber der ball ist jetzt der ball keiner kommt ran jetzt können sie den ball reinbringen kann er was draus machen könnte jetzt was werden gefährlich das klare elber in dieser szene jetzt könnte es richtig schlimm werden ja sie laufen dem rückstand hinterher und jetzt ist die chance auf ein weiteres gegentor natürlich jetzt kommt die ecke situation geht weiter immer noch gefährlich was macht er draus blockt den schuss erst mal ab freistoß und das ist eine gute gelegenheit dann nimmt er ihn lieber runter bevor sich noch eine zweite gelbe abholen ja hatte aber der ball ist noch heiß weiter die hauchtüte führung weil sie diese chance nicht nutzen anders ausgedrückt der ball ist weg aus dieser konnte chance können sie nichts machen spieler weiter vorteil für die glattwache schöner pass spielte ball in den freien raum macht er gut denn spielt er gut der ball zurück vom posten da geht sie noch mal dazwischen glück gehabt die chance wäre gut gewesen fairer einsatz hier sieht gefährlich aus ja könnte was werden den holt er sehe ich mit einem guten tag legen da haben sie platziert vielleicht der konnte können sie was draus in den freien raum gefährlich richtig gut was für eine szene was für ein angriff aus dem lehrbuch und dass sie hier treffen damit konnte man im moment nicht recht ihre chance eiskalt 1 1 wieder unentschieden der spielverlauf ist völlig offen und jetzt sind hier noch 20 minuten zu spielen gute aktion jetzt klasse pass könnte in konter geben und hier sehen wir das nächste blüßig spiel der heimannscher tolles zu spiel jetzt wieder steil ganz ehrlich das war fast schon beängstigend wie schnell sie da vorne waren und dann auch noch dieser abschluss perfekt immer ein gang machte das tor und zeigt schonungslos in dieser situation jetzt bin ich gespannt wie es weitergeht schalke 04 liegt in führung die gäste werden wechseln das gibt einwurf spieler wechsel jetzt also bei borussia mönchengladbach und schauen wir mal wie sich diese umstellung auf dem rasen auswirkt klar das gibt hier einwurf schalke hat deutlich weniger von diesem spiel was den ballbesitz angeht aber die die führung spricht ja für sich sie machen trotzdem toller pass und damit weiter nur ein tor rückstand viel zeit ist hier nicht mehr auf der uhr aber sie bleiben im spiel da sind sie immer noch sehr gefährlich achtung jetzt gefährlich das war eine klasse gelegenheit ganz knapp 2 zu 1 steht es hier momentan und wir schauen schon mal auf die folgende partie der nächste gegner des fc schalke 04 heißt bayern münchen wenn sie da so auftreten wie heute war kann gut aber erstmal ist die gefahr bereinigt vielleicht jetzt immer noch dieser knappe rückstand super zweikampf den ball hat er da geht er vorbei und abgefangen vom verteidiger diese hereingabe die letzte regulärisch könnte jetzt was werden jetzt weiter die partie ab das war's